Die Welt, mit der wir uns beschäftigen, schläft ja eigentlich nie. Vieles passiert abends in anderen Zeitzonen oder eben rund um die Uhr im Internet. Ich bin Maria und ich bin Redakteurin bei Vogue Germany. Als Network Editor kümmere ich mich unter anderem um die Zusammenarbeit von Vogue Deutschland und den internationalen Vogue. Auf gute Geschichten stoßen kann man im Grunde jederzeit und überall. Ich markiere mir immer viel auf Instagram oder schicke mir selber Reminder. Ich habe das totale Glück, in einem Job zu arbeiten, den ich von überall ausführen kann. Die meiste Kommunikation funktioniert super digital. Mit meinem Team spreche ich immer mehr per Videocall und mit meinen internationalen KollegInnen sowieso. Es ist nicht immer ganz einfach, Arbeit und Privatleben wirklich zu trennen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, zwischendurch komplett abzuschalten und sich mit vollkommen anderen Sachen zu beschäftigen. Und was mir immer hilft, ist nach dem Arbeitstag rauszugehen.